Liebe Studentin, lieber Student, wir sind bei der Seite 2 zu unserem Hörverstehen und Verständnisfragen zum Thema die Jagd nach dem grünen Gold, die Fragen 6 bis 12. Bitte beantworten Sie die Fragen in ganzen vollständigen Sätzen, mündlich wie schriftlich und lassen Sie Ihr schriftlich niedergelegtes am besten von einem Deutschen, von einem Muttersprachler auf die Richtigkeit überprüfen. Wir werden Ihnen unsere Antworten dazu in Kürze nachliefern und zwar im Beschreibungsteil dieses Videos. Also nun zu den Fragen. Frage 6. Wie viele der Medikamente in unseren Apotheken gehen auf Naturheilmittel zurück? Nummer 7. Worauf greifen westliche Farmeriesen gerne zurück? Nummer 8. Wo wird von den Firmen vor allem gesucht? Nummer 9. Wie viel der Artenvielfalt ist dort zu finden? Nummer 10. Wo wird das gefundene Material untersucht? Nummer 11. Wonach wird untersucht? Und Nummer 12. Warum nimmt die Industrie diese zeitaufwendigen Verfahren auf sich? Danke. Tschüss. Bis zur nächsten Folie.